Ich glaube, unser Wurst wird hier heute Abend die beste Figur von allen machen. Am lustig buntesten ist er eh. Voll geil. Ja, alles vollgeklebt. 1000 Knicklichter kleben jetzt schon auf diesem Ding drauf. Gleich kommen die nächsten 1000, dann backen wir das Teil noch mal so richtig zu. Das wird richtig hammermäßig. Du siehst hier, guck mal, sieh hier, super Party. Wir haben noch ein paar Knicklichter, so knapp in 1000 Stück. Die können jetzt hier einfach an diesen Bus rangeklebt werden. Kommt alle ran, holt euch Knicklichter. So, und jetzt haben wir zum ersten Mal, das habe ich mir schon immer gewünscht, und schon immer habe ich davon geträumt, einmal in meinem Leben eine Eskorte zu haben. Jetzt habe ich es die Freunde. Yeah, diese beiden Schlamm-Jungs übernehmen das. Aber nur noch die beiden Verrückten. Mit Blaulicht vor unserem GMFM-Bus. Leute, das wird der Knaller. Und wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Es wird ein Lightrun der Extra-Klasse. Und das geht in die Geschichte an den Gespräch. Ja. Ja. Denn aus dem Wir sind in die ganze Zeit. Und wir müssen unsere Wachstum geöffnet sein. Die Kalle haben wir mit dem Geinspiegel. Ja, ich habe hier nicht gemacht. Die Klasse sind jetzt schon mal gewünscht. Oder es wird in die Höhe zu bereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017